hallo leute hier ist wieder mit xy einfach mal sie mit subnautica bello 0 staffel 2 teil 10 ja da sind wir schon heute geht es weiter wir haben gerade das aquarium hingesetzt und dummerweise unser fisch gefressen die ich doch einsetzen wollte aber ich sehe gerade haben eine große taucherflasche abstieg nicht schon standard taucherflasche wieder habe ich die große taucherflasche kann man ja hier okay ich wundere mich froh mich noch nie große taucherflasche machen können weil er habe ich dich schon ok gerade bekommen okay zwei ich höre ich wieder auf die falsche seite ok ok ja ich muss mal die richtigen rüber ziehen jetzt kann man es ja machen oder ja es hat klappt und wir machen dass die kann man es so ausmachen ne seqvarium hammer das müssen wir noch bauen erst machen wir weg so das taucherflasche kommen wir weg kommen wir weg stecken wir dass die dinger hier in Wege stehen es wird gut dass wir mehr was abbaut als wir wieder bekommen so warum immer falsche machen ja die batterie das brauchen auch noch aber noch haben wir nichts neues tut und unten drunter machen wir dann die große wenn sie kommt und die wort kommen so korallen brauchen wir einmal koralle ho dann okay wir können schon länger unter wasser bleiben dass wir gut wieso kann man das jetzt kann man das wenig dran machen wir machen hier auch noch mal so eine kreuzung ich habe mich jetzt gerade verbindet nicht automatisch ich dachte das ist negativ aber wieso will das gerne wieso wird das kann ich jetzt noch mal entspannen da passt da hin machen hier hin ich war nicht aber oh so 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 gut fragmente sind wir gut also dass wir machen müssen das haben wir ich kann beschleunigen brauchen die magneten brauchen noch mal ein kopfer kompüterschipp lach mich doch mal vorbei das ist ein bisschen nervig wir haben keinen strom ne wir haben ja noch kompüterschipps ne ja mach mal nachher schnell selber gold brauchen wir noch ja da die kann das gerne raum sieht ganz schön was wenn ich jetzt noch batterien auflade sind wir am arsch so mal kneten wollen wir mitnehmen da war nix mal drin so gold und silber so Hier drüben ist ein Haufen Fragmente, seht ihr das? Okay. Ah, schön, oder? Und du musst die Dinger dann abklappern später. Da hinten? Okay. So, für mehr reicht es heute nicht. Uh. So. Kommen wir erstmal wieder alles einräumen. Uh. Kopp. Okay. Gold. Gold. Hier kommen wir nichts mehr. die nimmt gut ja nicht mit hin, oh ja okay, ich wollte immer weniger ich muss aber erst mal auf Fischjagd gehen 79, 100, 100 ich mach dann noch mal Oramakristalle haben wir keine Energie mehr, oder was? du bist wie im Bärnreich okay ich habe Kupfer oh ha okay das ist nicht rein okay die Tarn fehlt hm wir brauchen Materialien langsam geht es wieder höher und wir brauchen was zum trinken warte dann muss ich aufpassen mal kurz mal kurz mal kurz eigentlich die reichweite er genau die die weite das war ein anheiz konnte eiswirbel sturm runter so klau fücher äh klau fücher trinken wollt man holen und nebenbei ein bisschen material sammeln aber ich will ja da haben wir noch mal oh guck mal Neue Blueprint, Acquired. Ich wollte mal dann Wasserfische kaufen, klauen. Okay, Fische, 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 Fische. Wasserfische, Wasserfische, Wasserfische. Mit Wasserfischen gibt es hier nicht viele, muss ich sagen. Wir fahren mal Richtung zu unseren alten Base. Also, es ist keine Base. Und der Askel. Gibt mal was im Essen. Hier gibt es hundertprozentige Fische. Wasserfische. Da ist einer. Das ist einfach durch den Brau-Money. Wasserfische. Wir haben zwar noch Luft, aber lieber noch mal. Da ist ein Luftschnuppern. Ich mag Luft. Das ist ein Luftschnuppern. Das ist ein Luftschnuppern. Das ist ein Luftschnuppern. Hier haben wir noch was. Ja, guck mal, Mädel, was denkst du, was ich gerade mache? Okay. Ich mach jetzt nur Wasser, Schatzi. Nicht aufregen. Ich bin schon dabei. Das ist alles, was ich hab. Ich bin schon dabei. Okay. Jetzt können wir erstmal eine Hand voll reinziehen. Gehen wir nochmal was essen. Okay. Den hier möchte ich noch nicht essen hier. So. Okay. Die Wasserfische kann man ja gleich verarbeiten, weil das Wasser wird ja nicht schlecht. So. Die Wasserfische kann man ja nicht mehr verraten. Wie geht es? Das ist eine Wörterfische kann. Die Wasserfische kann man ja nicht mehr sicher. Jetzt geht es. Die Wasserfische kann man ja nicht mehr verraten. Das ist wichtig. und ab nach hause das war's erstmal für heute mit Teil 10 da wir dann angekommen sind nochmal luft schnuppern dann probieren wir erstmal die c-kleider zu bauen äh wo muss man hin? dd da uh ja ok da waren wir ja schon oder? ja ja haben wir alles schon ausgeräumt hier unten ist ein Haufen laut Anzeige und wieviel Platz haben wir noch? ah der Kaffel haben wir voll ich bin schon unten drunter ich frag mich jetzt wieviel Strom wir dann noch haben wieviel Strom haben wir dann noch? ja 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 ne wir müssen uns noch und drunter? Okay. Das war's erstmal. So, mit uns. Wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn es wieder heißt. Super, naja. Bye, bye. Euer Milsi.